Hallo an alle! Danke, dass Sie bei einem weiteren PDF-Element-Tutorial mitmachen. Wir empfangen oft Dokumente oder Formulare, die wir unterschreiben müssen. Aber wussten Sie, dass Sie eine digitale Unterschrift mit PDF-Element für Windows erstellen können? In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie eine digitale Unterschrift erstellen und diese dann in Ihrem Dokument einführen können. Lassen Sie uns eine PDF-Datei mit dem Öffnen-Knopf auf der Startseite öffnen. In dem Schützen-Tab finde ich meine Unterschriftsoptionen. Ich klicke auf Dokument unterschreiben und zeichne einen Bereich aus, wo meine Unterschrift erscheinen soll. Dieses Fenster gibt mir die Möglichkeit, das Dokument mit einer bereits vorhandenen Unterschrift zu unterschreiben oder eine neue zu erstellen. Ich erstelle eine neue Unterschrift, indem ich auf Neue Identität klicke und wähle die zweite Option. Ich kann diese Unterschrift als PKCS12-Digitale-Identität-Datei oder im Windows-Zertifikatsspeicher speichern. Eine PKCS12-Identität setzt die Eingabe Ihres Passwortes jedes Mal, wenn Sie Ihre Unterschrift benutzen wollen, voraus. Die Windows-Zertifikatsspeicher-Option setzt nicht die Eingabe Ihres Passworts bei Benutzung von Windows-Programmen voraus, solange Sie in Ihrem Windows-Konto angemeldet sind. Ich suche die erste Option aus und klicke auf Weiter. Ich gebe meine persönlichen Daten und ein Passwort ein. Das Aussehen meiner Unterschrift kann mithilfe der neuen Stil-Erstellen-Option verändert werden. Hier kann ich ein Bild meiner handgeschriebenen Unterschrift hochladen und als eine neue Unterschrift anwenden. Ich kann Optionen aus- und abwählen und im Vorschaufenster sehen, wie dies das Aussehen meiner Unterschrift verändert. Jetzt gebe ich ein Passwort ein und klicke auf Unterschreiben. PDF-Element fordert mich sofort auf, die Änderungen zu speichern. Meine digitale Unterschrift wird nun im Dokument angewandt. Das war's! Sie haben das Unterschreiben eines PDFs auf Windows mithilfe vom PDF-Element gemeistert. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Dokument gespeichert haben, um die Veränderungen anzuwenden. Sehen Sie meine anderen Videos, um herauszufinden, wie Ihnen PDF-Element noch helfen kann, perfekt PDFs zu erstellen. Wenn Sie mein Video mochten, klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie meinen Kanal.